wenn ich wollen wenn jetzt mein kopf abstürzt einfach mal jetzt ein jahr war schließen war wohl das richtige und geht es wieder wenn man noch 11 Prozent warum auch immer so ich hab jetzt mal den Weg ich weiß nicht wie ich aussehen nicht weiß ich auch nicht und ich hab den Weg jetzt erstmal ausgelöftet bis dahin aber ich bin doch nicht aber ich hab doch gute Pingen leck ich irgendwie bei dir nein und folgen schützt ja es ist so jetzt woanders in die Verhalte stattdessen ich hab 11 FPS 10 FPS Kurzoption Grafikeinstellungen und da so die Teils das kann ich auch meine Qualität wir haben ein Fenster ja ich kann rausgucken das ist symmetrisch gebaut das ist symmetrisch gebaut das Haus sogar symmetrisch gebaut übersteigt seine Kompetenzen bist du schlau ich weiß jetzt auch nicht vorhanden kann das sein ich guck jetzt mal naja es nicht um mich jetzt mal nach oben ich gehe mal aus der Beurte das geht gar nicht guck mal jetzt raus und guck nach oben er steigert sich nur ein FBS da oben in den Himmel gucken von Bauern er steigert sich um ein FBS zweck der solche da jetzt ja wo auch ja aber warum legt das denn was das sicher ist der Presse der Mutti und zwar als Schandler zwischen 21 und 30 das kann uns gerade immer schwankt zwischen 26 und 30 es kann nur noch nicht hier dran liegen an diesem Server ja warum hab ich mehr FBS als du wohl sogar schickte PC habe ich hab Hunger ich weiß es sind weizen gewachsen ja daraus ist weizen aber wachsen ja 1 es reicht doch um Tiere anzulocken was auch ein Sound und für die Woche hier zu werden ich hab zehn Holz das Geld für drei zu einem der Grund Prozent so um und so und alles ausgemacht zweiter fährst es ist alles ausgemacht hat alle Animation und das ist doch mit Scheiße um so wo wir unsere Tierfragen hintermau ja ich guck auf Wunderhaus gleich anfällt Leitwürsenkeit und Tierquäler, wir bauen das schon ein bisschen groß. Ich baue mal das falsch ab. Okay, das war jetzt... Das war sehr viel. Ach, ich kann gar nicht mehr sprinten. Nein. Wieso nicht? Help me. Bist du so viel gesprintet? Ja. Boah, ich weiß sogar, wie man Zornthor macht. Weiß ich sogar noch. Die Meinkräfte, Prost. Zu denen du nicht zählst. Oh. Wie macht man denn eine Werkbank? Wie macht man denn in Holz? Aus Holz. Haha, ein kleiner Insider unter uns. So. Oh, meinst du zum Baum mitten? Nein, das werde ich noch rausnehmen. Scheiße, wir vier zwei Zäune. Warum machst du es so klein? Wollen wir nicht ein paar mehr Tiere haben? Nein. Auf engsten Raum, wenn die einfach viel reingemacht. So, das ist Zaunthor. Ich habe wieder einen Zaun rausbekommen. So, ein Zaun brauche ich noch und dann ist fertig. Wir müssen die Blätter aus. Wir müssen die Blätter erst mal zwei Kür holen und dann können wir die doch paaren lassen und dann haben wir doch auch drei Stück. Obwohl, das ist jetzt, wo der Sinn darin ist, auch egal. Ich bin auch normal, oder? Ich habe auch einfach gemacht. Ich habe auch einfach gemacht. Wir sind einfache Leute. Ja. Total einfach. Weil einfach 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 ist. Ja. 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 Ja, wir kommen wir mal sechs Borenmeere. Zving. Das ist jetzt nicht mehr sehr viel Lust dran. Ja? Nichts. Ja. Plätze einfach sechs Stück auf einem Flecken lassen. Ich bin auf einem galaxies wild stehen, dass da so etwas wächst. So, das ist jetzt ein bisschen das Künstler zu montieren. Ja. Sagen das ist Blumenfeld bei diese Fotos naja ich kann ja Oso spielen nein jetzt nicht nein später ohne Aufnahme ich hab Kühe da hinten dann werde ich mal da hinten hin beziehungsweise laufe im Schneckentempo da hin und tue mal ein paar Kühe ran Küchens eine Kuh die reicht auch zwei Kühe komm her die Kuh will ich auch haben komm mit komm mit so wir haben ein bisschen Kurs bis in unseren Weg hier weiter und gar kein Spruch jetzt kommen jetzt kommen aber den Weg also brauchst du nicht durchs Wasser führen ich glaube jetzt nicht da so in so großen Bogen rum da denn hier ist nichts gut und kann kommt einfach kommt 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 Schweine haben wir hier nicht in der Nähe ne äh nö ich glaube wenn haben wir sie getötet kommt 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 das ein einfach rein genau rein in die gute Stube und drin sind sie ha loser so okay wir haben zwei Kühe ich habe drei Wundern warum die hier drinnen sind ich habe drei Weizen ein paar Stimme gleich ich habe vier ich habe auch noch Weizen können sie auch gleich fahren zweimal Paaren obwohl die zweimal Paaren nicht so und durch die Glasscheiben können wir sie sehen machen sie Fikifiki die ja nachzucht ja auch die Kiki das Wasserkopf weil da was anderes sind die Tücher doch auch nicht also jetzt kann der Mutter die Tüten weil wir wollen wer ist denn Mutter das und zuerst der Kost nein so zu sein Leinwasserkopf, Kugel, musst du da bleiben. Genau wie du warst. Ich bin mir jetzt gerade vollgeleckt. Du standest bei mir nur im Tor, genau. Dann bist du weggegangen. Wollen wir schlafen gehen? Ja. Wollen wir unsere Betten nicht zusammenschieben? Ich bin gerade durch die Wand gefallen. Nein, du machst es ja wirklich! Oh. Warum hast du ein Schwert in der Hand? Ich habe dich stechen können. Ich brate mal unser Fleisch durch. Na brav mal. Der Brutzelmeister. So, ich habe hier einen Zaun und den Satz hierhin. Wir haben schon ein Stack 1 und 3. Echt? Ja. Wir erreichen nicht für zwei Eisenrüstungen, aber gehen das Deutsch mal auch für bessere Sachen. So. Oh. Oh. Echt hat ja mir nicht wie guckst du bitte zu die Kür. Oh. 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 Na dicht. Okay. Ist immer so ein alltägliches Problem brauchbar. Um alles essen zu bekommen am Anfang. Voll schonender. Ich war jetzt natürlich ein wenig Glück. Vollscheiße, ja gut. Hallelu – wirklich. Ich habe keine Sound dazu stora Deportive. 3 wir haben fast 3 Stecks Stein haben wir nicht schon 3 Stecks Stein nein wir haben noch nicht 3 Stecks Stein 3 Stecks Stein bin ich eigentlich Gerichtchen auseinanderkriegen müsste ich eine freunde Verbindung wurde vom Remote ausgeschlossen ok das mal wieder aufschauen Case Connect to Server äh wir sehen uns gleich wieder bis gleich alter wird's wie verarschen